herzlich willkommen zur nächsten folge von green hell mit firestar und mann hatten wir gerade glück das könnt ihr gar nicht glauben weil wir haben neu geladen ganz klar und dann habe ich sie eingeladen und sie hat hier das erste was war mein inventar war weg und ich war an völlig irgendwo anderer stelle ganz anders waren wir ja ja es ist ja auch mein speicherstand du warst halt ewig zwei weg muss mich mal kurz hinlegen an ein warte muss mich erst waschen waschen so damit ich einen ruhigen schlaf habe vielleicht kann ich die audio doch ein bisschen leise machen keine pilze in meine hängematte war erst mal ein bisschen schlafen die pflanze ist fertig welche pflanze die tabak pflanze so kannst du die jetzt pflücken oder aber ich lasse einfach mal drin dadurch sagen wenn wir es halt benötigen können wir es holen na meine ausdauer die geht noch oben dann muss ich ja mal gucken was mir so fehlt an protein oder fett oder so danke dir danke dir danke dir aber was sagt die uhr auch immer noch fett also fett habe ich echt ein problem naja und ich wollte ja den lehmofen ausprobieren gell ja genau da ist aber erst die frage magst du das machen hier oder sollen wir das in unserer neuen base dann machen oder wir machen zu einer neuen base können wir auch wie viel energie hast du ich bin voll perfekt dann komm mit manche mal ja trinken muss eh gucken ja ein bisschen trinken kann ich jetzt bin ich mit ding voll vier stück lass ich mal da zwei für jedenfalls wir hier wieder herkommen ok also komm mit bin da lang gelaufen diese laufanimation glaube ich zumindest wohl nicht lang gelaufen weiß ich gerade ehrlich gesagt kann ich glaube hier lang ah ja ab da lang upsala kleine ruckler diese hier runter Achtung Frosch Kräftiger hier entlang Achtung Schlange blöde Schlange blöde Schlange ich sammle mal das Fleisch so das so und dann was hier immer Richtung Südosten oh ne Banane so immer in diese Richtung ja ich seh'n Wasserfall schon und dann hier runter und dann hier runter und sieht das nicht Hammer aus oh ja sieht echt schön aus richtig richtig schön und hier hab ich mal ein bisschen angefangen zu bauen gehabt hab ich auch schon zwei Kokosnussschalen hingelegt das da jetzt so da hab ich zwei Kokosnussschalen hingelegt das dann natürlich jetzt so zugewuchert ist das war jetzt nicht geplant war vorher nicht da so ist ist merkwürdig perfekt mit dir so ich leg da mal meine ja genau ich leg meine auch mal dazu gleich mal wieder Feuer machen dann haben wir viele Kokosnussschalen so perfekt ja aber lieber genügend ja sicher wo hast du das Bett hingestellt äh direkt daneben du standest drauf grade also da da bin ich blind aber ist grad nur ein Bett glaube ich weil ich halt vorne alleine war deswegen hab ich nur ein Bett hingestellt du mal zwei Fleisch drauf zum Grillen ja ja da müssen wir halt ein bisschen weg wuchern so ich würde aber gern schnell ein zweites Bett bauen damit wir beide wieder zusammen pennen können äh Tagebuch so 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 ja das ist jetzt mal doof ne irgendwie kann ich da nicht ich geh halt weiter zurück ich weiß nicht warum ich da nicht hinlegen kann ich kann da irgendwie nix bauen vielleicht weil es zu ungerade ist weil es geht ja immer bergauf ja aber das können sie ja nicht machen oder weil der ganze Dschungel ist ja ungerade ah ja da ging was hier hm weiß ja nicht ja und jetzt gehen wir ein bisschen näher noch zum Feuer hin ja ja passt so ja ähm Bananenblatt das waren leider Bananenblätter warum nicht ging nicht du hast nur noch einen Schlag gebraucht nicht bei mir hört sich grad das Sound ein bisschen komisch an muss ich ehrlich sagen weiß nicht ob das beim letzten Mal auch so war so ein bisschen so als dass da in einem hohlen Raum sein mhm das halt alles ein bisschen nach achso das ist schon das ist schon fertig das ist schon fertig ja anscheinend uh so perfekt da können wir beide mal kurz schlafen wenn sie grad nacht ist perfekt dann ist es immer noch nacht da gibt es ja nicht irgendwas ist grad da oh jo Dialoge haben wir eh nicht merkwürdig mhm 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 Boah, sieht das geil aus. Holy shit. Holy shit. So, mein Fleisch ist fertig. Perfekt. Deine Zwiebel esse ich auch. Danke dir. Nein, Schmarrn. Nein, Schmarrn. So, wo bauen wir hier weiter? Was haben wir denn noch zum Bauen? Also, ich würde mich jetzt dann um das Lehmzeug kümmern. Ah ja. Magst du hier gleich mit Lehm bauen, oder? Ja. Ja, gut. Aber ich glaube, ich tue den Lehmmischer, bis ich weiter oben hinstellen, oder? Äh. Kannst du hin tun, wo du willst? Weil da unten hier noch liegt ein eigenes Platz, dass ich ihn hier oben hin tue. Ah ne, den muss ich drehen. Ähm, ah ja. Hm? Es hat gerade nicht den richtigen Boden anfixiert. Drehen. Ah ja. Obwohl hier oben könnte man auch echt ein schönes Haus einbauen. Du weißt, dass man auch doppelsteckig bauen kann und so, oder? Mit den Rahmen. Man kann richtige Häuser bauen. Da gibt es Leitern und, und, und. Aber weil das hier oben so schön ausschaut mit dem Felsverschwung hier. Hier kommt ein Haus hin. Dann brauche ich noch... Alter langer Stock. Er muss weg. Er muss einfach nur weg. Er auch. Wobei, vielleicht reicht es sogar schon. Upsala. Ne, das muss auch weg. Dann kann ich das vielleicht auch nochmal wegtun. Dann kann ich das ein bisschen gerader hinsetzen. Du brauchst doch lange Stöcke, oder? Was? Ich für was? Für das Ding brauchst du lange Stöcke. Achso, ja. Ja, ich will hier nur, damit wir... Damit ich so gesagt sammeln und du da schon mal bauen kannst. Wird gesagt. Dann brauchst du nicht immer erst sammeln, bevor wir bauen. Soll ich da schon anfangen, die reinzustecken? Ja, ja, das kannst du machen. Stopp. Stopp. Du musst da weg. Wieder mal gar nicht. Ja, ich glaube, du hast voll recht, ne? Mit dem Hügel, das mag er nicht so. Ja. Deswegen, weil da oben ist relativ gerade auf diesem Fels da oben. Ja. Eine Stelle, wo der das baut. Eine einzige Stelle. Woanders will er nicht so richtig. Ich glaube, da habe ich keine andere Wahl. Glauben, wenn ich das jetzt drehe. Ja, will er auch nicht. Die einzige Stelle, wo er will. Ja, es hilft nichts. Alter. Nein, ich nicht. Will ich. Na, es geht auch hier. Fahre ich mal hier hin. Dann drehe ich das aber um. Vielleicht kann ich da mal was umdrehen. Ähm, halt der lange Stock. Na, so. Geht es nicht mehr. Jetzt geht es nicht mehr. Alles klar. Brauche ich das hier hin? Komme. Ja, komm. Geht schon. Bring dir nochmal lange Stöcker mit. Habe ich gerade nichts im Inventar? Ehrlich? Weiß ich mal erst mal bei dem Arno. Mach das eine erst mal fertig. Ja, ja. Was ist da oben noch? Fertig. Welches jetzt? Ist scheißegal. Muss alles gemacht werden. Ich hab mich schon kranker. Ein Stück. Ein Stück. Oh Mann. Hm. Das brauche ich natürlich wieder nicht Feuerholz, sondern normale Holzscheide. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, irgendwas stimmt an meinem Sound wirklich nicht. Also für mich hört es sich ganz normal an bei mir. Nee, bei mir ist es so ein bisschen so, 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 ja wirklich so echo-mäßig die ganze Zeit so ist. Okay. Ganz, ganz merkwürdig. Nervt mich schon wieder. Nervt mich schon wieder. Nö, normal nicht. Aber man weiß ja nie, ne? Stellt sich immer alles selbst um. Bei OBS zum Beispiel, wenn das ein Update macht, da ist teilweise alles umgestellt wieder. Ja, das ist oft so. So, da muss ich Seile hinmachen. Die hätte er nicht lang gehalten. Knochenakt. Nee, das ist irgendwas verkehrt im Sound hier. Optionen. Audio. Kurios. Kann auch gerade nichts machen, weil ich will jetzt das Spiel doch nicht neu starten. Dann muss ich wieder die Aufnahme hier so neu starten und beenden. Darauf habe ich jetzt auch keine Lust. Oh, das werden wir jetzt wohl wieder machen, weil ich mache das jetzt nicht noch, äh, 40 Minuten. Oh, irgendwie ist mein Ausdauer wieder weit unten. Warte, ich bring dann noch schnell die Stecker wieder ins Lager. Voll. Also irgendwie, man hat echt wenig Platz im Rucksack. Ja, das stimmt leider. Stimmt leider. Wohin. Ein paar Bananen pflücken. Irgendwo muss es zwar realistisch sein, aber es ist schon wenig. So, ich lege mich mal wieder kurz aufs Ohr. Sag, musst du jetzt nicht pennen, oder wie? Wie viele Ausdauer hast du denn noch? Bisschen über drei Viertel. Äh? So, gib, ja, weil ich kein Fett habe, oder? Hast du immer noch volles Fett? Warte. Ähm, ja, drei Viertels voll. Sag mal, wie machst du das? Gib mir doch mal irgendwie mal was vom Fett ab. Ne, ich finde das irgendwie kacke. Du hast irgendwas, was du die ganze Zeit futterst, was dir Fett bringt. Und ich habe die ganze Zeit null Fett? Null. Gib mir einfach doch mal was Fett bringt. Ja, Nüsse auch. Ja, ich habe keine Nüsse. Oh, okay. Ja, das ist halt meine Riesenzwiebel. Liegt die immer noch da drin? Ja, ciao. Da vor dir liegt die. Achso. Bringt mir nur Kohlenhydrate. Toll, die hatte ich schon voll. Ja, jetzt den Glückwunsch. Ich wusste nicht, da stand das nicht mehr, was die bringt. Ach, boah. Mensch. Ich bräuchte mal wieder diese Orangen-Schwammer. So. Könntest du mal kurz herkommen? Ja. Bevor wir weitermachen. Oh, dieser Wasserfall. Ich würde da gerne oben stehen. Speichere mal kurz. Schauen wir nochmal, ob du speichern kannst. Nicht, dass wieder irgendwas schiefläuft. Ja. Ja. Ja, abgespeichert. Okay, gut. Speichervorgang, okay. Stand das bei dir auch da? Ja. Gut. Dann mache ich mal ganz kurz eine Aufnahmepause. Und gleich wieder da, weil ich muss mal kurz das neue Spiel neu starten, weil dieser Sound, der geht gar nicht. Das hört sich so furchtbar an. Das heißt, bis gleich. So. Und dann läuft die Aufnahme weiter. Fortsetzen. Sorry für die Unterbrechung. Ähm. Ja, jetzt ist der Sound wieder normal. Ich habe nur mal das Spiel neu starten müssen. Irgendwie hatte ich anscheinend ein Soundproblem. Und dann habe ich die Firestar wieder eingeladen. Und dann war die wieder irgendwo anders. Und dann habe ich sie nochmal einladen müssen. Ach Gott, dieses Spiel, das macht mich in der Hinsicht ganz schön fertig. Also man muss sagen, das Spiel ist zwar wunderschön, aber es hat seine Fehler. Ja. Wird gesagt, ja. Und, äh, wo war ich gerade dabei? Ich habe hier ein bisschen... Ah ja, genau. Die mal ein bisschen reinstecken. So ist die. Ich bin durstig. Okay, hat es mal geregnet? Kann ich vielleicht mal hier... Ah ja. Trinken, 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 trinken. Trinken, trinken. Schaut das aus. Trinken. Trinken, trinken. Wunderbar. Schaut das aus. Ja, voll. Habe ich irgendwas, was ich grillen kann? Blö, ist alles natürlich verdorben. Das kann ich... Zerstören. Zerstören. Bei mir geht es zerstören nicht. Ich habe es vorher gerade wieder probiert. Das geht nicht. Geh auf zerstören und dann nach rechts bestätigen. Ich glaube, du... Du machst es einfach nur falsch. Du klickst nur auf zerstören, aber... Probier das jetzt mal aus. Das muss gehen. Da bin ich mir zu 100% sicher. Ah, jetzt? Ah, okay. Ich habe es dir aber gesagt. Nur nach rechts und dann auf bestätigen. Das ist... ein Fehler, den du bestimmt gemacht hast die ganze Zeit. Ach, verdammt. Geräusch? Jetzt habe ich keine Knochen. Natürlich sind die Knochen jetzt bei unserer alten Base, ne? Hm. Hm, stimmt. Aber ich gehe ja dann eh wieder jagen. So, ich wollte die Stöcke noch auf... ...füllen. Ähm... Ich brauche ein paar Steine. Wir brauchen, glaube ich, einen zweiten... ...Stockhalter. Warum? Ist schon voll. Ja, das Erfolg ist es ja gut. Aber wenn wir wieder welche benötigen, wird er ganz schnell wieder leer. So. Und du hast ja auch noch was im Endeffekt. Es geht nur darum, dass man nicht immer dauerhaft sammeln muss. Lebt so viel Zeug rum. Alles, was ich nicht aufheben konnte. Ja, Stöcke sind hier irgendwie ganz schön viele. Weil am liebsten würde ich da reinspringen, ne? Weil ich glaube, da kommst du nicht mehr raus. So. Da sind Steine, sehr gut. Den Stein, den kann ich... Hallo. Hä? Steine? Ja, aber du kommst doch da wieder raus. Du musst halt einmal rumschwimmen. Ja, ich springe aber trotzdem nicht rein. Du kannst ja mal vorhin vorspringen. Spring? Nee, das mache ich ja echt auch nicht. Sammeln. Nicht in die Richtung. Ich muss mir gleich nur ne Axt kraften. Siehst du meine Ausdauer ist schon wieder unten? Achso. Steckst du rein? Ja, ich versuche den gerade aufzuheben nochmal. Nehmen. Achso, okay. So geht das hier. Plus Lehm. Ja. Jetzt müssen wir Lehm reintun. Kriege ich Lehm her? Einfach Lehm. Also auf erweitert und Lehm. Lehm, Lehm. Achso, okay. Japp. Jetzt brauchen wir noch Feuerasche. Das braucht... Ey, warum? Man muss doch... Pack auf Feuerasche. Heißt das löschen hier? Ja. Hm. Du hast bestimmt Wasser, oder? Bestimmt habe ich noch. Selbst wenn, dann kannst du schnell da hingehen und dann das Wasser hier rausfischen und dann... Apropos fischen. Hol uns mal ein bisschen Nahrung. Ah ne, wir müssen es komplett runterbrennen lassen, tatsächlich. Mach ich es nochmal an. Na komm her, Fischi. So, einfach das Feuer mal runterbrennen lassen. Mhm, mach mal. Ich habe einen Fisch gefangen. Nee. Leg mal ein bisschen Fisch rein. So. Äh, nee. Das will ich einfach nicht essen. Ganz ehrlich. So. Keine Lust auf Maden futtern. Oh, es regnet. Sehr gut. Wobei ich eigentlich eh nicht so einen Durst habe. Ich brauche eher Proteine, also das Fleisch. Wobei es ja Fisch ist, ne? Ah ja, ich wollte mir eine Axt kraften. Darf ping mir eine Axt. War das da? Ich habe kein Seil. Was? Na gut, die liegen überall rum. Wo? Ah, da hängen welche. Oh, da ist auch noch einer. Oh, das sollte erst mal reichen. Was zu Tabakblätter? Ähm, wurdest du gebissen? Ja. Ähm. Ich glaube nur getrocknete. Nur getrocknete. Ne, ich habe gar keine. Ja, Lul. Äh, gut. Weil die haben wir nämlich auch blöderweise dagelassen. Ja, das war vielleicht... Ja, musst du zurückgehen. Wie viel? Ja, das werde ich nicht schaffen. Ich weiß den Weg auch nochmal genau. Warte, dann hole ich sie hier schnell. Ja, das wirst du schon schaffen. So weit war das nicht. Ich brauche nur schnell ein bisschen Ausdauer. Ja. Eigentlich musstest du immer nur über den Baumstamm gerade gehen, bis halt dann irgendwann mal dieser Weg kommt, den Weg folgen. Und dann von dem Weg aus irgendwann mal, äh, links weg, aufwachen, rauf, stielen, was ist denn da? Ja, genau, dann da hoch. Was war das da? Ähm. Essen. Essen. Ah, nein. Da musstest du einen, einen Baumstamm hochgehen und wenn du den Baumstamm hochgegangen bist, dann musst du eigentlich nur noch, ja, ziemlich easy, äh, immer in eine Richtung. Ungefähr. Essen. Essen. Über den Fluss und dann müsstest du eh schon da sein. Hast du es gefunden? Ja, ja. Sehr schön. Oh, bitte, das, das wird ganz, ganz eng. Lauf, 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 lauf. Ähm. Eigentlich geht es mir ziemlich gut. Ich muss jetzt da noch ein bisschen was trinken. Das ist ja kein... Perfekt. Proteine wär noch ganz cool. Fett wär eigentlich ganz nice. Oh, ein bisschen fett. Jetzt komm schon. Habe ich mir jetzt Axt gecraftet? Nicht, ne, weil ich kein Zeil hatte. Stimmt. So. 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 Ja, stellen. Super. Da muss ich mir wieder eine Steinachse machen. Erstellen. Achte auf deine Ausdauer, nicht, dass du nochmal umkippst, weil die geht echt rapide schnell runter. Sonst musst du dich mal eine Minute irgendwie hinlegen oder sowas. Oder immer umkippst. Ich bin gleich tot. Ah. Glaube ich. Ja, ich bin tot. Richtig tot oder nur ohnmächtig? Ah, ne, ohnmächtig. Versuche mich zu beeilen. Ne, ne, lass mich halt einfach da liegen. Das musst du eh heilen. Ja, stimmt. Wenn du ohnmächtig bist, dann heilt das, ne? Irgendwie. Also, da vergiftet das nicht weiter. Aber ich komme trotzdem mal zu dir. Sicherheitshalber. Ah, ja, da ist der Baumstamm. Über den Fluss. Ach, das Seil, das nehme ich mit. Ja, da liegst du. Schau es aus, kann ich dich wecken oder? Ja, die Vergiftung ist nur noch auf Stufe 1. So, dann kannst du dich schnell heilen. Ähm. Ba, 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 ba. Hier sind ja die Ze... Hier haben wir ja schon Ziegelsteine, oder? Sind das nicht Ziegelsteine, mit denen man bauen muss? Ja. Oh, ne? Weil die sind so blöd zum Mitnehmen. Ich tue doch mal lieber noch mal so ein... Unbekannte... Hä? Achso, das ist das Viech. Hä? Kleiner Setzkasten. Warum kann ich ihm da links nichts mehr reintun? Keine Ahnung. Hast du da schon was reingetan? Nein. Irgendwas gepflückt habe ich gerade. Merkwürdig. Ich lege da mal wieder... Oh, ich bin wieder ohnmächtig. Oh. Aber bist du noch vergiftet? Nee. Gut. Bin nur schmutzig und muss mich untersuchen. Dann untersuch dich, dann wasch dich. Soll ich mich auch mal kurz waschen und dann kannst du dich hinlegen. Dünger. Es gibt Dünger. Vielleicht, dass sie schneller wachsen. Was ist da Dünger? Das wäre mal interessant, ne? Dünger wäre echt mal interessant. Ich muss noch was trinken. Bleib geprallt. Nice. Muss man gar nicht, äh... attackieren. Nein? Und Speerwerfen, das habe ich noch nicht so. Ja, wo ist er hingerannt? Da ist er. Ganz ruhig. Ich bin immer noch nicht richtig. Das ist nicht sein Ernst, oder? Nein, wo ist er hin? Nein, der Speer steckt in dem Vieh. Ja, dann stirbt er irgendwann. Ja, toll. Ich weiß aber nicht, wo er hingerannt ist. Und es wird gerade dunkel. Ach, so ein Dreck. Hättest du mir sagen können. Ich dachte, die kippt mir immer One-Hit um, wenn du die erwischst. Das habe ich dir aber schon mal gesagt. Aber hast du nicht. So ein Blödsinn. Ich habe dir, dann habe ich dir auch schon mal gesagt, ah, okay, das Vieh stirbt dann irgendwann mal, wenn es den Speer schon dritten hat. Das hast du dir... Das hast du dir vielleicht gedacht, aber... Nee, das habe ich dir gesagt. Du kannst gerne im Video nachschauen. Mann, jetzt ist es weg. Kann es weiter noch laufen, oder? Gibt es relativ zeitnah? Ich habe es relativ nah dann mal gefunden. Da ist zwar ein Schweinchen, aber es lebt noch. Und jetzt gerade, wo es dunkel wird, das ist... Oh, da hinten ist es. Oh, ich habe es gefunden. Oh, mein Speer. So. Kein Platz mehr im Rucksack. Für was? Oh, ich bin zu schwer. Ey, das kann doch gar nicht sein. Ich hatte ja nichts im Rucksack. Wirklich nichts. Kann ja nicht sein. Äh, da ist ja nichts im Rucksack. Wir haben doch so viel Platz. Verstehe ich nicht. Nö, das sehe ich nicht. Ich schleiche mich jetzt nach Hause. Mal kurz waschen. Auze. Waschen. Waschen. Lalalala. Ich schmeiße jetzt hier mein Zeug runter. Für die Blätter hier. Und... Keine Ahnung. Ein paar Steine. Bleib weg, Frosch. Ich weiß nicht, ob du giftig bist. Dann muss ich mich untersuchen. Und dann muss ich mich mal zu schlafen legen. Äh, hast du Wasser? Ne. Dann muss ich zur anderen Base zurück. Warum? Weil ich durstig bin. Und was ist mit den Dingern hier? Die müssen ja voll sein, oder? Ne, die habe ich schon getrunken. Was macht's das bei mir ganz unten? Ich muss mich ausruhen. Ich muss mich ausruhen. Oh Gottchen, oh Gottchen. Ja, wir nehmen schon wieder seit 39 Minuten auf, ne? Eigentlich haben wir wieder nichts geschafft. Wir sehen, ja gut, wir haben hier mal eine Sammelstelle gemacht mit... Ah, hm. Tja. So, aufstehen. Ja, ich muss kurz überlegen. Wir brauchen unbedingt so eine Truhe nochmal. Ja, die können wir ja dann an der anderen Stelle machen. Leere Gussformen, die sind so sinnlos irgendwie. Brauchen wir die unbedingt? Doch, ja. Ja, sollen wir die nicht rüber mitnehmen oder sowas? Ja, die brauchen halt extrem viel Platz im Inventar. Ja, wir werden die ja dort brauchen, oder? Natürlich, aber ich gehe jetzt erstmal zurück, weil ich muss auch schlafen und unbedingt was trinken. Ich leg mal ein bisschen Zeug von mir in das Lager da rein, was ich so nicht brauche. So wie die Federn. Das Blatt, gut, das brauchst du, aber... Arken brauche ich nicht, weil irgendwie weiß ich nicht, wie man eine Angel herstellt. Leg ich die mal da rein. Oh, ich habe ja Obsidian. Oh, nice. Wie sagst du denn Obsidian wieder? Habe ich mal im Ding gefunden. In der Höhle. Ja, aber das war doch weg. Nee. Habe ich ja dann im Nachhinein nochmal gefunden. Achso. Ein Stein. Ein. Stein. Ein. Ein. Ja, gut, das kann ich glaube ich auch. Also kann ich wieder nichts reinlegen. Ist schon voll. Ganze. Hallo. Bin ich voll? So. Genau so wie die. Genau so. Schönen. Fekt. Einfach nicht. Eine behalte ich mal. Noch eine behalte ich auch. Das brauche ich auch. Ach ja. Behalte ich auch mal. Wobei, ja gut. Ich mache jetzt mal die Steine kaputt. Gut, ich komme dann auch wieder zurück. Ja, ich lege mich schon mal hin. Ähm, okay. Das werden bestätigen. Ähm. Ich habe mal ein bisschen Fleisch auf die Trockenbank gelegt. Ja. Sodala. Habe ich noch einen Tabak? Das wäre geil. Warte, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Schau noch. Äh, hast du Fleisch noch dabei? Weil ich brauche auch Fleisch. So Proteine. Achso, warte, ich habe noch Papagei. Erstmal hast du einen Papagei. Zweitens mal kann man ganz schnell fischen gehen, weil die bringen auch... Wir haben echt einen riesen See neben uns. Da sind Fische drin. Kann man sich... Äh, holen. Also Proteine. Mangel haben wir keinen mehr, weil wir echt einen... Plus daneben haben. Zeile nehme ich mal mit. Kann man immer gebrauchen. Zeile. Noch mal ein Zeile. Ah, da geht es runter. Bin ich eh schon richtig? Wow. Jetzt hatte ich genau einen Ruckler. Während ich auf den Baumsturm gehen wollte. Sehr gefährlich. Und hier war es dann, glaube ich, links hoch. Genau. Nehme ich noch ein paar Bananen mit. So. Kurz hinaus mit meinen... Ja gut, das geht noch. Haben wir auch gleich einen Fisch oder sowas auf dem Grill, weil... Mir geht auch die Proteine. Äh, ich mache gerade erst wieder Feuer. Ach so, hast du die Asche genommen, oder wie? Ja. Hallo, ich bin wieder da. So, und jetzt lege ich mein Fleisch nochmal hin. So. Und ich brauche immer noch irgendwas... Wie schaut es hier mit deinem Fett aus? Ähm, naja, Viertel. Fett, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wo ich Fett herkriege. Das ist eine Katastrophe. Keine Ahnung, ich finde nichts, was mir Fett bringt. Nichts. Boah, das Nass sieht schon geil aus, ne? Holy shit. Holy moly. Ah, Nüsse oder sowas, das wär's schon. Aber nö. Bananen. Oh, das ist so toll. Wir haben einen richtigen Bananenvorrat. Daraus werden jetzt, äh, Formen, oder was wird daraus? Oh. Fremziegel. Fremziegelsteine. Okay. Und jetzt kann man ne Hütte bauen. Oder nee, jetzt bauen wir erstmal, erstmal die Truhen, oder? Du kannst ja dabei die Truhen machen und ich fang schon mal dem anderen an. Beherstellen? Achso, das war nicht mehr herstellen, das war da. Tagebuch. Naja, das hat aber gar nichts gebracht. Lagerkiste. Was denn? Das, äh, Fleisch. Meinst du, nix gebracht? Nur ganz wenig Proteine. Zwei. Hierher? Stock, stock. 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 An, Stock. Und, An, Stock. Dem Ziegelstein. Klappt's. Also ich hab halt nur den normalen Speer. Das geht ja mit dem auch, oder? Das weiß ich nicht, aber du musst auch gucken wegen großer Fische. Die kleinen Fische erwischt du nicht, also die hab ich noch nie erwischt. Wieso? Das heißt, hier sind immer meistens, aber die können sein, dass die grad schlafen, weil ich seh grad keinen Fisch. Vielleicht haben die jetzt echt... Ich hab grad welche gesehen. Ach da. Ja, jetzt hab ich auch welche gesehen. Arbein. Äh. Sammeln. So, ich leg mal was drauf. So. Oh. Ähm. Eins und zwei. Dann tue ich da mal ein Lehmziegel da reinhauen. Stock. Stock. Feuerbrett. Wir kriegen ein Feuerbrett. Das ist so, wenn du ein Baum Scheid aufs Sammeln gehst, dann kriegst du auch ein Feuerbrett draus. Okay. Ja, muss ich gleich machen. Aber ich muss jetzt mal vorher wieder mich hinlegen. Weil das nervt ein bisschen. Gerade immer durch den Fett, was mir fehlt, geht meine Ausdauer durchgehend rapide nach Runden. Die ganze Zeit. Und ich glaub, du brauchst echt, um Fische zu fangen, auch den Fischbär, weil sonst hätte er keinen Zins, sonst müsste man den ja gar nicht machen. Ne. Ja, wie mach ich den? Ich leg. Es ist lieber erstmal was. Ich hab nichts mehr zu essen. Ja, es liegt doch was da. Du brauchst es doch auch. Ne, ich ihn nicht so trinke. Alles gut. Ich hab Proteine über die Hälfte. So. Trinken wir euch mal ein bisschen was. Aber. Jetzt brauch ich dich halt auch langsam wieder fett, aber. Du brauchst vielleicht den, den Ding gar nicht, den Fischbär, weil ich geh einfach mal fischen immer, okay? Ja. Und leg immer was auf. Wenn wir ein bisschen hier Arbeitsteilung machen, braucht ja nicht jeder alles. Ich schau mal, ob hier irgendwo ein Holzraum mit, ach da hinten. Ja gut, ich hoffe mal, dass da nicht die Schlucht runterfällt. Wär echt ungeil. Hier geht. War's perfekt. Sammeln. Mann, ich kann das nicht aufnehmen, weil das so viel Platz braucht. Kannst du das aufnehmen hier? Warte, ich schau gleich. Ich soll jetzt was, bisschen was ablegen. Mann, aus einem Ding nur ein Holzfeuerbrett. Nur ein einziges. Ja, ich glaub teilweise auch zwei. Hier, wo ich stehe. Hallo. Hallo, wo bleibst du? Ja, ich hab doch gesagt, ich muss erst was ablegen. Mensch. Hier. Siehst du das? Kannst du das nehmen? In Verwendung. Ja, weil ich hinguck. So. Ja, ist aufgenommen. Fast perfekt. So. Dann. Muss ich da ganz kurz was. Anblatt. Die ganzen Blätter, die nerven mich hier so. So. Hast du das reingelegt? Ja. Genau, weil hier nochmal ein Holzschall, was du teilen kannst und sammeln kannst. Und dann da auch reinlegen kannst. Noch ein Lehmziegel. Hab ich schon. Fast perfekt. Benutzen. Und dann kann man da mal, äh, tu man da rein. Hm. Lass mich mal rein. Tu da die Tabakpflanze, Verbände und Knochen mal rein. Verbände? Dann tu ich da auch mal ein Verband rein. Verband rein. Tu ich da ein Knochen rein. Knochen. Knochen. Tu ich da mal ein paar, äh, Ja, das tu ich noch rein. Bis wir soweit kommen. Eisenerz, Eisenerz. Bekannte Kräuter und trockenes Blatt. Ein paar trockene Blätter. Lass mir aber auch noch Platz, gell? Ja, wir bauen ja gleich noch eins. Ganz ruhig. Ein paar trockene Blätter behalte ich mir. So. Das brauche ich dann zum Craften. Das brauche ich, falls ich einen Burm kriege. Okay, ich geh mal kurz raus. Kommst du rein nochmal? Ja, jetzt bin ich schon beim Planen. So, okay. Nehme ich die ganzen Federn hier. Das ist auch alles weg. Finde ich aber stark, dass wenn du was auf den Boden wirfst, dass das auch nicht gleich despawnt. Ja. Bist du nicht so gezwungen mit den Truhen? Noch ein Nadel ist immer wertvoll. Hm, hm, hm. Wie viele Federn einfach. Wir können so viele Pfeile craften. Ich glaube, ich crafte hier mal einen Bogen. Kann man eigentlich irgendwie den ganzen Stapel nehmen? Und drüber ziehen? Oder muss man das immer einzeln machen? Ne, einzeln. Scheiße. Soweit ich weiß. Das ist ärgerlich. Aus der Kiste raus kann man leider nicht craften, oder? Keine Ahnung, hab ich noch nie probiert. Kann ich die echt nicht einzeln platzieren? Was da? Was da? Oh, jetzt ist bald die Truhe voll. So. Das da. Das da. Können ich da hochlegen? Das da. Haben wir hier, können wir vielleicht noch ein Beet bauen, dass wir hier auch gleich eine Tabakblüte haben, falls wir uns, äh, ja, der Blätter, ich sag's dir. Oh, da klick ich wieder um. Ich muss jetzt echt langsam mal was finden, was mich hier, was mir echt fett bringt, weil das geht gar nicht. Oder wir können vielleicht irgendwie Nussbaum oder so ein Nussbaum oder so ein Nussbaum oder so anpflanzen, geht so was? Oh, Nussbaum. Das wär's. Irgendwas. Irgendwas, was Fett bringt. Irgendwas. Aber die Folge ist eh schon wieder vorbei dann. Wenn ich hier ausgeruht bin, dann können wir hier mal, ähm, ja. Die Folge werden aufwachen. Schaut's aus. Routine. Ich ess mal meine Banane. Ich check das nicht, warum kann ich das da nicht platzieren? Sobald ich erst den Rahmen wieder bauen muss. Wahrscheinlich, ja. Ich hoffe, dass man so ein Fischbestand nicht ausmerzen kann, wenn man zu viel Fische fängt. Da hab ich immer Angst. Hatte ich auch bei so Forest Angst? Hm. Na? Fischi, 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 fischi. Ich sehe gerade keinen Fisch. Ach, es ist nicht gut, dass ich jetzt keinen Fisch finde. Hab ich aber vorher auch erst nicht. Wieso ist der jetzt schon wieder... Nein. Ich drück die Kuh. Oh, ich kann hier tauchen. Hier unten was Schönes. So. Kleines, kleines Bad genommen. Neben dem Wasserfall. Oh, das ist ja ein Luxus hier. Ah, da ist ein Fisch. Ja, da. Ab dich. So. Dann haue ich da mal wieder ein bisschen Fische rein. Kann ja gar nicht sein. Du hast ja gerade erst getrunken. So. Da ist er voll. Da ist er voll. Dann da ist nichts. Dann da ist nichts. Dann da ist nichts. Immer beim letzten Punkt. Eins, zwei, drei. Nichts. Perfekt. Das ist unser Fisch. Ist unser Fisch bestimmt auch gleich fertig. Essen. Essen. Und was sagt die Uhr? Perfekt. Ich bin mit allen voll. Nur mit Nuss bin ich leer. Noch ein langer Stock und der ist wieder nicht da. Ähm. Geil. Ich glaube da hinten ist eine Höhle. Das sehe ich jetzt erst. Oder? Was ist das? Ähm. Können wir da irgendwie durchbrechen? Sieht schon merkwürdig aus. Obsidian? Obsidian? Oh mein Gott. Ich kann dagegen haben und ich bekomme Obsidian. Oder? Ne. Weil es war noch die Anzeige, dass ich was. dass ich es aufgehoben habe. Okay. Noch keine Höhle, aber so ein kleiner Eingang sieht aus wie eine Höhle. Merkwürdig. Wie funktioniert das Bauen jetzt eigentlich? Kann man das direkt anlehnen? Oder? Musst du das? Du musst für alles erstmal diesen Rahmen bauen. Ja, aber konnte man den nicht anklipsen? Also klipst du das automatisch dran an? Oder? Nein. Das musst du frei platzieren. Und näher konnte ich es nicht hinsetzen. Okay. Merkwürdig. Du mal da bitte die Seile rein. Vielleicht nicht so viele Seile. Weiß ich jetzt nicht. Doch, habe ich. Ist fertig? Ja. Sicher? Ja, natürlich ist es fertig. Vielleicht kann da nichts platzieren? Ja, wahrscheinlich, weil du das dir zu nah gebaut hast vielleicht. Kann das sein? Hättest du... Warum hast du überhaupt schon zwei gebaut? Ja, dass ich es gleich probieren kann. Aber weil das ging... Du musst es ja irgendwie zusammenbauen. Du willst ja eine Wand haben. Geht's jetzt? Nein. Hä? Was ist denn nicht? Oder man braucht da ein anderes Gestell? Keine Ahnung. Nee. Lagebuch. Kleine Lehmband. Kleine Wand. Kleine Dach. Aussparung. Kleine Eingang. Kleine Eingang. Ja, weiß ich ja nicht. Vielleicht musst du auch erst die Wand bauen und das dann quasi mit Lehm ausfüllen. Kann natürlich sein. Bambus, Wand, Bambuswand. Kleine Wand. Ich muss mich hinlegen. Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber wir müssen eh die Folge beenden. Das müssen wir in der nächsten Folge nachgucken. Komm ich einfach mal mit. Ich stehe mich auch mal kurz hin, da geht die Zeit schneller. Aber ich stehe auch wieder auf. Wir lassen es nicht zu lange laufen. Lalalalalalala. Huch. Hast du noch was zu essen? So. Äh, Bananen natürlich. Also Kohlenhydrate. Ja. Wurscht irgendwas. Er ist einfach nur hungrig. Der nicht mehr so jammert. So. Aber damit bedanke ich mich. Bis zu schauen bei dieser Folge. Und bei der nächsten Folge versuchen wir mal die Lehmhütte zu bauen. Ich weiß auch nicht, warum das da gerade nicht funktioniert. Ähm. Ja. Bis dahin. Tschüss. Und schönen Tag noch. Ciao. Tschüss. Tschüss.